Bundeskanzler Karl Nehammer sieht selbst das Sommerloch dafür verantwortlich, dass über die ÖVP-Unzufriedenheit mit ihm berichtet werde. Des Kanzleramts dürfte Nehammer freilich begriffen haben, dass es eng wird. Die miserablen Umfragewerte, interne Umfragen zeigen die FPÖ klar vor der ÖVP, die Landtagswahlen und die Teuerung, seinen toxischer Mix, sagen die ihm Wohlwollenden innerhalb der Volkspartei. Die anderen, und sie werden täglich mehr, sind die Endphase wie unter Spindelecker angebrochen. Derzeit würde nur noch über die Zeit danach, also nach Nehammer intern diskutiert, berichtet ein Spitzenfunktionär der Partei. Wann diese Zeit anbreche, wisse freilich keiner. Denn den Zeitpunkt können nur er oder ein Koalitionsende entscheiden. Oder die ÖVP-Wahlkämpfer in Tirol und Niederösterreich. Der Bundeskanzler selbst scheint noch kampfeswillig. Er will mit seinem engen Kreis noch einmal das Ruder herumreißen. Eine zentrale Rolle nimmt jedenfalls Katharina Nehammer ein. Die Ehefrau des Kanzlers, selbst einst Pressesprecherin von Ex-Innenminister und dem heutigen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, sei ein political animal und gebe die Linie vor. Sehr zum Ärger vieler Schwarztürkisen. Ein ÖVP-Insider sagt, das geht einfach nicht. Sie ist in Sitzungen dabei. Sie entscheidet, wann und wem er Interviews oder Pressekonferenzen geben würde. Nehammer selbst hört jedenfalls auf seinen Lebensmenschen. Seine Frau rate ihm keinesfalls das Kanzleramt freiwillig zu räumen. Dafür wird er jetzt zunehmend der einstige Kommunikationschef von Sebastian Kurz, Gerald Fleischmann, eingesetzt. Dieser, er ist im ÖVP-Club angestellt und sollte im Herbst in die Privatwirtschaft wechseln, sei zwar nie weg gewesen, habe das Ehepaar Nehammer davor aber nur in Medienfragen beraten. Er galt als Mastermind der Message Control von Sebastian Kurz. Jetzt redet er angeblich auch über die Themen. Vom Besuch Viktor Orbans über einen neuen Fokus auf Zuwanderungspolitik mit. Fleischmann und Kathi Nehammer halfen 2017 maßgeblich mit, Ex-ÖVP-Chef Mitterlehner und Ex-SBÖ-Kanzler Kernmürbe zu machen. Ihr damaliger Unterstützer Wolfgang Sobotka ist heute wieder an Bord und berät Nehammer. Weniger Rachenecke bel Schaund